Es gibt wie gesagt keinen medizinischen Fragebogen, der die Hochsensibilität hundertprozentig bestätigt oder negiert. Alle können lediglich eine Wahrscheinlichkeit für oder gegen die Hochsensibilität veranschaulichen. Viel wichtiger für die Einschätzung ist dein eigenes Empfinden und Körpergefühl. Nur du selbst kannst in deinen Körper hineinlauschen und seine Empfindungen spüren. Im folgenden Kapitel wollen wir uns etwas detaillierter mit den Wahrnehmungen, Gefühlen und Verhalten von Hochsensiblen befassen. Die eigenen Wahrnehmungen verstehen Hast du dich auch schon einmal gefragt, ob ein anderer Mensch die Welt genauso sehen, fühlen, riechen, schmecken, kurz gesagt wahrnehmen würde, wie du es tust? Wie wäre es wohl für einen Tag im Körper eines anderen zu leben und die Welt durch seine Augen zu sehen? Erscheinen Farben plötzlich anders? Ist die Nase sensibler? Friert oder schwitzt der andere schneller bei Temperaturen, bei denen du dich normalerweise pudelwohl fühlst? Aus Gesprächen mit unseren Mitmenschen wissen wir, dass jeder ein etwas anderes Empfindungsvermögen hat und jeder mit den Vor- und Nachteilen seines Körpers leben muss. Der eine klagt über Rückenschmerzen, ein anderer erfreut sich daran, schwindelfrei zu sein. Brillenträger sitzen in der Bahn neben Menschen mit optimaler Sehkraft. Viele der Körperfunktionen kann die moderne Medizin messen, erkennen und falls nötig behandeln und korrigieren. Doch wie sieht es mit Gefühlen aus? Wie stark ist zum Beispiel ein erlebter Schmerz bei einer Verletzung? Wie gross ist die Freude über ein neues Geschenk? Wie intensiv ist die Wut bei einem Streit? Dies zu messen und objektiv zu vergleichen, ist nahezu unmöglich. Vielleicht hast du in einem Film schon einmal gemalte, schmerzverzehrte Gesichter gesehen, anhand derer versucht wird, das Schmerzempfinden des Patienten einzuschätzen. Doch solche Hilfsmittel beantworten längst nicht jede Gefühlsfrage. Es bleibt uns lediglich die Kommunikation, um zu erfahren, wie unser Gegenüber sich fühlt und daraus einen Vergleich zu unserem eigenen Empfindungsvermögen abzuleiten.